Zur Zeit haben alle Darmstädter die Chance, Teil eines weltweiten Kunstprojekts zu werden. Ermöglicht wird ihnen das von Thomas May, der im Jahr 2000 das Grashalmprojekt ins Leben gerufen hat. Dabei kann jedermann einen individuellen Grashalm schnitzen. Aus diesen verschiedenen Grashalmen soll am Ende eine ganze Wiese entstehen. Die erste Idee war, eine Wiese zu machen, auf der ganz viele Grashalme, die aus Holzgrashalmen geschnitzt ist. Und meine Formenvielfalt, die ich persönlich machen konnte, die war sehr begrenzt. Ich konnte 40 Stück machen ungefähr und dann hatte ich keine Ideen mehr und dann habe ich beschlossen, ich lasse andere Leute schnitzen. Und aus diesem andere Leute schnitzen lassen ist eine Faszination rausgekommen. Ich kriege immer noch, nachdem ich jetzt mittlerweile 16.548 Grashalme habe, kriege ich immer noch Formen, die ich noch nie gesehen habe. Und man kann sich das vorstellen, man kriegt so eine Art Sucht, eine Sammelsucht. Diese Sammelsucht hat Thomas May bereits um die ganze Welt gebracht. Ihn interessiert auch, ob es kulturelle Unterschiede im Schnitzen gibt, die sich in den einzelnen Grashalmen zeigen. Anfangs war es ihm nur wichtig, so viele Grashalme wie möglich zu sammeln. Mittlerweile freut er sich aber auch über besonders schöne Exemplare. Deswegen geben sich die Besucher im Herrengarten richtig viel Mühe. Ich habe mir überlegt, wie so Grashalme aussehen. Da habe ich gedacht, ich weiß eigentlich, also eigentlich sind Grashalme ja ziemlich dünn und oben noch dünner als unten. Da habe ich es ein bisschen versucht umzusetzen, es hat nicht so ganz geklappt und eigentlich muss man die mit so einer Biegung machen. Aber ich weiß auch nicht, wie meine Biegung mit dem Holzschnitt, deswegen habe ich es einfach ein bisschen dünn gemacht oben und ein bisschen dicker unten. Aber ich habe es versucht. Am Ende werden die Grashalme nummeriert und archiviert, sodass sie sich den jeweiligen Schnitzern zuordnen lassen. Dabei werden die Vornamen und Berufe der Menschen festgehalten. Denn hinter jedem Grashalm steckt auch eine Geschichte. Die meisten Leute, die Schnitzen, die erinnern sich an irgendwas, Kindheitserinnerungen oder Bezüge zu Gras, die sie haben. Und die erzählen sie mir teilweise auch. Und auch das ist was sehr Faszinierendes an dem Projekt. Und Thomas May ging noch einen Schritt weiter. Vor rund zehn Jahren gründete er das Grashalminstitut. Dort sammelt und dokumentiert er die individuellen Geschichten der Schnitzer und stellt die Beziehung zwischen Menschen und Gras dar.